Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Challenge. Heute müssen unsere Freundinnen einen Weg aus dem Zimmer finden. Aber das ist gar nicht so einfach, denn das Zimmer ist mit sieben Schlössern verriegelt. Werden sie es schaffen zu entkommen, lasst es uns herausfinden. Oh nein, wir sind eingesperrt, lasst uns raus! Julie, ich hab Angst. Wow, es gibt so viele Schlösser, schau mal, was ich gefunden habe. Was? Wow. Wir müssen also die Schlüssel für diese Schlösser finden, um hier rauszukommen. Oh nein, ich hab Angst. Oh oh, hast du diese Schnüre schon mal gesehen? Hm, nein. Lass uns an den Schnüren ziehen. Eins, zwei, drei. Was? Was ist das? Hilf mir, ich kann nichts sehen. Ist das Schokolade? Oh, das ist witzig. Das ist nicht witzig. Ich bin schmutzig, aber sieht aus wie Schokolade. Hm, cool. Das ändert alles. Ich liebe Schokolade. Was? Das sind Rühreier. Das ist ja eklig. Einfach schrecklich. Oh, schau mal. Du hast einen Schlüssel in deinem Haar. Es sieht aus, als hätten wir den ersten Schlüssel zum Schloss gefunden, um hier rauszukommen. Lass uns schnell den Schloss öffnen. Juhu. Lass uns umarmen. Oder lieber ein anderes Mal. Oh, wer hat das Licht ausgemacht? Ist alles in Ordnung mit dir? Hm, ja. Und ich glaube, wir haben eine neue Aufgabe. Der nächste Schlüssel ist in einer der beiden Boxen versteckt. Wer fängt an? Vielleicht du? Na gut. Hm. Eww, wie abscheulich. Es ist einfach unerträglich zu trinken. Jetzt bist du dran. Ich? Okay. Ich muss mich einfach zusammenreißen und es tun. Uh. Es sieht so aus, als hätte ich Glück. Es ist Ananassaft und der ist wirklich gut. Schmeckt er dir? Kann ich auch ein bisschen haben? Nein, tut mir leid. Das gehört nur mir. Oh, sehr lecker. Schade, dass der Schlüssel nicht hier drin war. Bist du dir sicher? Vielleicht sollten wir noch einmal nachsehen. Ich habe überhaupt keine Lust, dieses eklige Fischöl zu trinken. Mir wird schlecht. Warte mal. Was ist das denn? Hm. Das ist seltsam. Es ist gar kein Schlüssel. Es ist ein Zettel. Hm? Das ist wirklich seltsam. Ah. Alles klar. Gehen wir schnell. Zeig mir die Zeilen noch einmal. Ich glaube, das ist der Code für das nächste Schloss. Drei, zwei, eins. Okay. Juhu. Ich hatte recht. Gut gemacht. Oh. Ich habe schon wieder Angst. Aber ich bin froh, dass wir eine neue Aufgabe haben. Darf ich diesen Safe als erstes öffnen? Dankeschön. Wow. Sieh dir das an. Das ist ein Gummibärchen. Nein. Das ist mein Preis. Stör mich nicht. Ich suche gerade den Schlüssel. Hm. Sehr lecker. Du bist wirklich gierig. Aber ich hoffe, ich habe auch Glück. Wow. Schau mal. Ich habe eine Kamera gefunden. Und sie riecht nach Schokolade. Wow. Der Bär hat sich in Schokolade verwandelt. Cool. Hm. Einfach klasse. Hey. Es reicht. Öffne lieber den Safe. Alles klar. Ich mache es. Oh nein. Das sind Hühnerfüße. Aber sie können in Schokolade verwandelt werden, wenn ich ein Foto mit meiner magischen Kamera mache. Ich habe es geschafft. Schau mal. Bist du neidisch auf mich? Hm. Jetzt habe ich einen ganzen Teller voller Schokoladenfüße. Und sie sind köstlich. Ha. Das ist wirklich lustig. Oh. Einfach köstlich. Oh. Hey. Schau mal, was ich gefunden habe. Der Schlüssel. Juhu. Lass uns zur Tür gehen. Wir müssen jetzt das dritte Schloss öffnen. Wir sind so schlau. Oh. Wir wissen schon, was kommen wird. Let's go. Komm, Freisen. Ene mene Mond raus bist du. Ich habe gewonnen. Oh nein. Ich habe Pech gehabt. Aber ich muss es tun. Ich hoffe, da sind keine Spinnen drin. Oh. Da ist etwas Ekliges drin. Mal sehen. Oh. Das ist Fruchtgelee. Das ist es wirklich. Hm. Ich will es probieren. Köp. Köp. Wo ist der Schlüssel? Ich kann ihn nicht finden. Hilfe. Ich kann nicht atmen. Wo ist der Schlüssel? Hilfe. Hilfe. Da ist er ja. Juhu. Oh. Ich bin gerettet und du hast den Schlüssel gefunden. Super. Und. Hurra. Wir haben es geschafft. Wir sind ein tolles Team. Oh. Let's go. Los geht's. Noch ein bisschen. Hm. Was kommt diesmal auf uns zu? Na gut. Wir können es trinken. Und dann ist alles klar. Nein. Ich habe Angst anzufangen. Ach. Du Angsthase. Hm. Wow. Wie war's? Oh. Das ist einfach furchtbar. Du wirst sicher Glück haben. Trink schnell. Okay. Ich bin gespannt. Haha. Du hast es gekauft. Es war ein Schert. Ich habe einen fantastischen Erdbeersmoothie. Ich werde ihn gerne trinken, um den Schlüssel zu finden. Aber ich glaube, er ist nicht hier. Was bedeutet, dass du das ganze Ding trinken musst? Komm schon. Oh nein. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe meine magische Kamera total vergessen. Sie verwandelt hier alles in Schokolade. Juhu. Es hat funktioniert. Das ist köstlich. Hm. Fantastisch. Ich liebe Schokolade. Ich will es auch probieren. Und hier ist der Schlüssel. Juhu. Du hast ihn gefunden. Willst du das Schloss öffnen? Nein. Mach du. Aua. Meine Stirn. Geht's dir gut? Alles gut. Mach es auf. Juhu. Erinnerst du dich an das Donnern? Sollen wir weitermachen? Let's go. Okay. Ich will nicht. Eigentlich bist du jetzt dran. Nein. Spielen wir lieber Schierersteinpapier. Ich habe gewonnen. Also fängst du an. Ich muss mich zusammenreißen und zapfer sein. Ich hoffe, es sind keine Würmer. Oh, nein. Ich mag das auf keinen Fall. Du kannst diesmal anfangen. Hey, du hast verloren. Also bist du die Erste. Das gibt es doch nicht. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Oh, ich weiß. Meine Kamera wird uns helfen. Schau mal, Julie. Oh, das ist eine coole Idee. Komm. Schauen wir mal. Hurra. Die Würmer haben sich in Schokolade verwandelt. Das bedeutet, dass sie überhaupt nicht gruselig und sehr lecker sind. Hm. Und was ist mit mir? Du kannst was davon haben. Bedien sich. Vielen Dank. Wow, das ist so lustig. Ich liebe es. Das war eine tolle Idee. Du hast uns gerettet. Oh, ich glaube, ich habe den Code gefunden. Welchen Code? Vom Schloss. Super. Probieren wir es aus. Es ist 6, 6, 6 und 6. Ich gebe den Code ein. Juhu, es hat geklappt. Wir sind so gut. Warte mal. Warum geht die Tür nicht auf? Es ist noch ein Schloss übrig. Oh, ich dachte, das war es. Wow, so eine Challenge gab es noch nie. Hm, mal sehen. Ah, ich weiß, was wir machen können. Ene, mene, muh und raus bist du. Ups. Ich glaube, ich habe verloren. Haha, los, Julie. Hallo, ist hier jemand? Hoffentlich habe ich Glück. Ah. Wow, das sind Bonbons. Super, ich bin die Nächste. Oh, was ist das denn? Oh, nein. Haha, das sieht gerade sehr lustig aus. Schon gut. Sei nicht böse auf mich. Ich öffne ihn. Uh, ich habe den Schlüssel gefunden. Jetzt können wir hier raus. Juhu, wir haben gewonnen. Und los geht's. Wir können das letzte Schloss öffnen. Super, das siebte Schloss ist offen. Das heißt, wir sind frei. Juhu. Juhu.